Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video und zwar heute eine richtig fette Restekiste. Wir werden ordentlich viel zünden. Genau. Bisschen angelegt an Böllerkiste, aber nur nicht nur Böller, sondern Silberheuler. Ich glaube dafür ist es noch zu hell. Sonst haben wir auch noch einen Singleshot zum Beispiel. Alles möglich. Aber erstmal lasst ein Like, lasst ein Abo da. Schreibt gerne was in die Kommentare, wir lehren uns alles durch. Auf jeden Fall. Ja schade, direkt leer. Ist das zu dunkel dafür? Mach einfach, scheißegal. Ich mach erstmal hier so zwei kleine Petarden. Ihr habt euch gewünscht, dass es längere Videos gibt, darum wird das schon mal länger auf jeden Fall. Der zweite Teil wird dann noch länger. Seid da auf jeden Fall gespannt. Boah, die waren voll gut. Also nicht schlecht der hält. Ja, aber nicht leise. Nicht leise. Du sagst es. Dann nochmal hier so ein... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja sonst. Oh, drei Stück. Schaffe ich das? Da gibt es auch ein Video von Ancestor, wo du drei gemacht hast. Kann sein. Genau, aber das hast du auch gemacht, glaube ich. Ich glaube, da waren die aber auch so zusammen. Komisch. Alter. Die waren ja mal leise. Oh Gott. Was haben wir? Ich glaube, ich mach den mal. Petarden. Da gab es eine Kette, ein Video mit einer Kette von... Schaut es euch an. Das sieht ja nicht aus. Stark. Mit dem Ring. Geil. Stimmt. Boah, ich hab den nicht gefilmt. Richtig schön. Glaubst du das? Ja, machen wir einfach. Komm. Wir beobachten jetzt diesen schönen Mann beim Laufen. Ein bisschen kann es ja kommen. Nee, ist faul. Ja. Nein. Da oben war er. Da kommt er runter. Genau da, wo ich angeklebt bin. Ein Vortex? Vortex. Na, machen wir danach. Okay. Da noch ein Vortex. Nach so einem Leslie Demo. Ja, dann haben wir so einen scheiß Schink. Weil wir auch eine Kette ausgebaut haben. Das hat auch nicht so geklappt, wie wir wollten. Nicht so ganz. Boah, der war voll gut. Warum sind denn die so gut? Müssen die erstmal reifen hier in der Boxservice. So. Vortex. Ja, geh wieder ein bisschen nach vorne, sonst wo du den Vogel gemacht hast. Der fliegt ja nicht schief. Hoffentlich. Das werden wir direkt geköpft. So, warte. Vortex. Salud. Vorne Funke. Viel Spaß. Nein, joggt jemand? Ja, der Typ ist immer noch am Joggen. Wir hoffen, die haben ihn nicht gestört. So, dann würde ich sagen, nochmal ein bisschen hüpfig. Ja, einfach. So, danach machen wir zum Runterkommen ein paar Heuler. Stimmt. So ein bisschen. Frosch. 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 Ja. Ja. So, Funke ist das, ne? Ja. 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 Also eine graue Lunte. Naja, nicht so. Heuler hast du gesagt, ne? Ja, hier. Schön voll. Hier. So, die meinst du. Ja. 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 Hast du was gegen die? Ne. Weil ich ehrlich bin, muss ich mies auf Toilette. So, machen wir vier. Ich geb dir ein Feuerzeug. So, dann machen beide zwei. Ich glaub, da hat jeder ein bisschen was da kommt. Hier. Hier. Prüro, dann drauf. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch an. Cooles Video gewesen. Eins. Ich hab mich hier verbrannt davon. Zwei. Ja. Zwei oder nicht? So. Drei. So, ein bisschen halten, oder? So, jetzt jeder zwei. Let's go. Oh! Schon lauten. Wie findet ihr die Location? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Hier Felder. Hier haben wir letztes Jahr genau hier eine Gold-Blue gezündet. Ist ja auch von Nikolausbäche oder so. Oder? Ja. So. Smokebutt ist cool, oder? Smokebutt. Wenn der klappt, die klappen wir ja manchmal nicht, leider. Ich glaub, das passt. Das gibt's im Video. So. Nenn ich mal rüber zum Vortech. So ne, rot wie die Feind gesagt. Ja. War besser, nicht? Oh nein. Das war nur rot. Haben die nicht beide? Ne, die sind ja rot und blau. Also, rote und dann gibt's schon blau. So, dann machen wir diese kleine Mini-Kette. Die sind in den von Lidl. In diesem Böller-Set-Bahn. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Klar am Ferne weiß der nicht mehr. Ist das irgendwie anders, glaub ich. Come on. Süß und klein, ne? Ja. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie hier. Was ist das? Ist das ein Singen-Shop? Ja. Schock. Ich glaub, der hat hier einen Stank. Na, das ist keiner. Egal, nehmen wir den einfach. Fondor. Grüße gehen raus. Die passen in den Vortex rein. Boah, ich kann da mehr, komm. Guck mal, lass mal an. Vortex, da wird gezündet und jetzt als Abschussrohr. Hoffentlich zerfetzt er nicht im Bett. Minishale. Vielleicht ein Mies. Nein, vielleicht knallt's. Gar nichts drauf gehabt. In dem Baum. Hauptsache den Knall. Alter, das ist grad noch ein bisschen zu hell. Wir hätten noch so coole Artikel. Naja. Das ist Co-Papier 1. Die kann man nicht machen, oder? Die schämen wir. Sonst mach ich mal hier einen gelben. Von Funke. Hochfliegen lassen. Blitzi. Blitzi. Da ist noch so komische Vögel drin. So richtig viele Honeywitchers hier auch noch. Hier war ein Crackingball. Zünd mal an, ich werfe. Crackingball? Ja, okay. Nein, das... Süß. Ja. Hinterher gelbe Luftholler von Funke. Die sind so krass. So weit und so laut, ey. Richtig cool. So. Zünd mal ein bisschen mehr. Alter. Die sind so geil. Das kann gut. Nichts gut. Nein, gut. Und jetzt bin ich für heute. Ich bin ein paar holes. ن Mama. Ja, danke gut.